Unsere Demokratie ist so aufgebaut, dass auch jede Stimme gebraucht wird. Ob im Ehrenamt, in den Vereinen, ob jung oder alt, wir brauchen alle, um unser Land gemeinsam zu gestalten. Eine besondere Form der Beteiligung an der Demokratie und an dem Erfolgs unseres Landes ist die Beteiligung an Wahlen. Ob bei Kommunalwahlen, bei Landtagswahlen oder jetzt am Wahlen, müssen wir es besser bei der Bundeshof fahren. Mit Ihrer Stimme können Sie etwas begeben. Sie können helfen, Weichen zu Verlag zu stellen und damit Ihnen, die das Parlament der Kandidieren, auch eine starke Unterstützung zu bringen. Wir, die Politikerinnen und Politiker, brauchen nichts, aber wir wissen nicht, dass wir im Sinne und wir freuen uns, dass wir uns unter der Stimme entscheiden. Das ist entschuldig. Und wenn manch einer ist, auf manche Stimme kommt es vielleicht nicht an, dann war ich jetzt ein Traumspieler in einem Land. Die Schweizer hat ein paar Wahlen geschehen, weil manche Stimme stehen, und manch einer hat ein Traumspieler in einem Land geschehen. Und das wird immer noch in diesem Jahr nicht passiert. Deshalb müssen wir alle auf, gehen Sie zur Wahl, geben Sie die Stimme ab und zeigen Sie damit, dass wir uns unter der Stimme machen müssen, wie Deutschland erhält. Das ist ein Traumspieler in einem Land geschehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020